Kommen wir nun zu den Bedienteilen. Es gibt zwei verschiedene Bedienteile, ein analoges Bedienteil und ein digitales Bedienteil. Es ist so, dass bei dem digitalen Bedienteil, das hat gewisse Vorteile. Zum einen ist hier bereits ein Temperaturfühler eingebaut, kann hier die Wunschtemperatur einstellen und die Heizung regelt dann je nach Temperatur ab oder erhöht die Leistung. Man kann hier auch beispielsweise einstellen, dass nur für Ventilation gesorgt wird, ohne dass beheizt wird. Ist vor allem auch für den Sommer geeignet, wenn man irgendwo im Süden steht und es ist recht heiß, kann man auch hier mit diesem Ventilationsmodus für Belüftung sorgen. Man kann auch mit einem zusätzlichen Temperaturfühler hier noch zum Beispiel die Außentemperatur oder die Temperatur in der Nasszelle anzeigen lassen. Dieser Temperaturfühler ist auch ein Zubehör und bei uns im Onlineshop erhältlich. Das analoge Bedienteil ist natürlich einfacher. Hier kann man unterscheiden zwischen dem Lüftungsmodus wieder und dem Heizungsmodus und hier kann man nur die Leistung einstellen mit diesem Drehrädchen. Möchte man auch eine Temperatureinstellung über dieses Drehrädchen machen, ist es zwingend notwendig diesen Temperaturfühler, diesen externen, der bei der Heizung angeschlossen wird, dazu zu nehmen. Dann ist diese die Skala auf diesem Drehrädchen nicht mehr als Leistungsskala anzusehen, sondern als Temperaturskala. Da stehen natürlich keine Temperaturen drauf. Da muss man einfach mal austesten in der ersten Nacht, wie wohl fühle ich mich, wenn ich das auf die Mittelstellung stelle. Vielleicht stellt man sich auch ein Thermostat auf, dann kann man erkennen, wie viel Temperatur hat man.